Jetzt kommen gerade Stehle oben drauf von uns und dann mache ich diese Gusseplatte weg, mache eine Adapterplatte drauf, stelle meine Stehle hin, mache die Wallbox dran und habe betriebsbereiten Ladepunkt. Gibt es auch noch eine Erdungs- und Zugelastungsset, was man mit integrieren kann. Das ist also eine richtig schöne Lösung. Da habe ich gleich ein paar...